Mit der Austragung Lina Haselröm 2018, die Aufstatt bei der MOLK. Viele, viele Stationen haben wir vor uns. Wir haben darüber gesprochen, die Seite werden wir jetzt Satteltestern geachtet. Wir sind in der Oberrundfahrt, Ratschuhl, Teilhabe über vier Tage. Die heutige Austragung, die wir in den Momentern, ich empfehle es jetzt die Punkt zu finden. Ratschuhl, dann folgt ihr einen raffinärer Start. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los. Fünf, vier, zwei, eins, los. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum 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 nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Sollte Das ist ein ganz nett durch. Das ist ein ganz nett durch. Ja. Vielen Dank, ey. Super gemacht. Ja. Was war stärker? Ja, zwischendurch war es immer stärker. Ich wäre gerade reingegangen. Ah, ey. Was nächste Woche. Ach, schuldigung. Ja. Ich bin schon vorgegangen. Kannst du noch nicht fahren? Ja, stimmt. Auch von Pannkruppe. Und Landia quasi. Ach, das war ja das Scheiße. Von Hause war das, ne? Ja. Geile Scheiße, danke, ey. Schön ist der, ja. Genau, geil, ey. Ich mache ja immer so eine komische Galerie. Ja, zeig ich in der ersten Runde. Ich auch. Ja, in der ersten Runde. Ja. 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 Geile Scheißer, oder? Ja. Ja, das ist ja cool, oder? Ja. 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 Danke schön, ja. Danke dir. Ja. 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 Ja, die Klappe! Die links, die links. Dagegen war der Berg, danach war das nett. Wollte ich nicht fragen? Ab der fünften Runde wird die Runde immer wärmer, aber immer mehr nicht. Guck mal. Darni, Darni, Darni! Was? Danke. Guck mal, geht. Guck mal, geht. Guck mal, geht. Guck mal, geht. Zwei Runden vor Schluss haben sie ne Minute. Dann gehts von da auf 45. Sie haben uns nicht gesehen, glaube ich. Das war unser Glück. Hände uns gebrochen, irgendwo. Nee, hätten wir noch gebrochen. Hat die Fische verloren? Kannst du den noch mal kriegen? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR